Hallöchen Leute herzlichen willkommen wieder bei der nächsten Folge von Fireload4 und wir sind in dieses schöne geile Gebäude wo wir wollen eine Mission machen aber Problemwerte ich weiß nicht wie soll sie da hingehen und die Konsole muss mir auch noch bauen nur weil Problematik mit den Konsole weil mir fehlt eine Sache und ich weiß nicht wo sie ist mir irgendwas gesagt im Militär wo ist Militär da muss ich herausfinden genau da wo wir sind und was für Mission habe ich genommen ich gehe raus ich gehe raus ich gehe raus Nein ich habe gewusst wenn der kommt und die Und ich treffe daneben. Dann bin ich so gut wie tot. Kann ich springen? Es ist geschwadert. Komm, versuchen wir. Ob ich überlebe. Juhu! Ne, nicht wirklich. Habe ich nicht wirklich überlebt. Ich muss ja nach ganz unten. Warte, wie sieht es aus? Da, da wird es perfekt. Ja, da wird es perfekt. Eins, zwei, drei. Juhu! Schaffe ich es? Jeeey, nicht wirklich. Mann! Wie schaffe ich das? Hm, okay. Ich gehe normalen Weg. Dann wird es auch lustig, wenn ich werde nach Röntel springen und werde überleben. Nehmen wir auch. Ja. So. Allah, spring. Boah. Und jetzt wird er gleich soweit. Fertig. Aufzug. Hi. Oh, hey. Wo ist mein Aufzug? Ah, da ist. Aufzug! Und runter. Wieso stehst du schon wieder von mir? Unfallscheinwein. 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 Ich habe gedacht. Ich habe gedacht. Oh Mann. Ne. Das wird nicht cool, aber. Ja. 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 Jetzt treffe ich dich. Auf einmal. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ofis. Boah. Was war das denn? Grund. Das istб ein Allwillige in Luft. Wieso? Die Hösser, shew, shew, shew. Eine und als die Hösser, je happened. Aber ich hab mir schon da war's. Oh. 1 Bye Yay, geschafft. BДverwegt den Arsch endlich. Über paar Arsche gekillen. Wow 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 wow. Das würde ich kritisch sein. Und kritisch könnte das enden. Oh, 66%. Wow, Leute, Leute. Leute. Oh, yeah. Stehenbleiben. Was ist er? Ja, und du bist schon tot. Unherhalts. Unmensch. Ich bin ein Mensch, nicht Unmensch. Und du bist unmotant. So. Haben wir das geklärt? Gut. Und wieso bist du schon tot? Oh Gott. Ich habe gekehrt, er hat eingefangen zu schwitzen. Nehmenstürzen. Yay. Okay. Und ein Kreis haben wir gemacht. Aber es gibt keine Zeichen von diesen. Was habe ich gesucht? Okay. Also das geht nach oben. Das ist schon klammig. Das ist Akkohol. Akkohol. Akkohol will ich nicht. Kein Akkohol. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Hier ist auch niemand. Oh. So. Das haben wir schon gefunden. So. Das lebe ich. Das kann ich ewig suchen. Hallo. Ja, das habe ich geöffnet. Ja. wo kann der sein also können wir suchen ewig jetzt datum kann ja suchen nein Gerechen. Stia, Rüte. Die Hälfte haben, wo wir alle zu Hause sind. Aber wir haben das nicht so. Aber ich weiß, dass unsere besten Reisen genommen wurden. Es wird sicher Veränderungen für Ansatz uns geblieben. Dann kannst du noch mal auf die Hälfte des Hälften. Das hat Tara Aspen, Stählange Bruderschaft. Erkundung 4291, Serie Nummer 3431. Es ist reißen zu her, dass ich meinen Notenwender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht von Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten diese Position, um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde zwar ran. Lange will die Tür nicht mehr halten. Paladin Brand ist, Sir. Es war mir eine Ehre. Okay. Alles klar? Jetzt muss ich dahin gehen. Und den Zeil, wo Hammer hängt. So. So. Nein. 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 Ähm, achso, nein, ja. Nicht schon wie das ist. Dicke, bitte. Ja, schlimmer konnte ich nicht sein, oder? Ja. 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 Äh, Angst war glaube ich weniger. Das ist super Mutant. Verdammte Scheiße. Ah, au. Das tut weh. Oh Mann. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Oh yes. Das tut weh. 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 Das ist eine Power für Power Rüstung oder normale Rüstung. Nein, nein. Oh mein Gott. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Und dann die Halbe drei Kilo. Das bleibt. Das muss auch bleiben. Noch vier, dann sind wir ja schon durch. Toll, aber das Problem ist, ich kann nichts schmeißen, ich kann nichts rausschmeißen. Alter, eins, vier, achtmal muss ich rausschmeißen, okay, ich mach mir eine mehr, so, oh, die gewisse für sie verwendet. Also, alle auf den Mutanten angegriffen, man muss den machen, Chef. Oh, nice. Oh, scheiße. Nein. Ja. Ciao. 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 Ciao.